Jede Menge Gratis-Items und dazu auch noch Star-Coins, das sind alles die Gutschein-Codes, die immer noch im Juli funktionieren und wir starten direkt in die ganzen Codes rein, die ihr immer noch aktuell bekommen könnt mit einigen neuen Codes, die mit dabei sind. Aber starten wir wie gewohnt mit dem Item, was ihr zum Erstellen bekommt, was wir derzeit also bekommen, wenn wir das Spiel starten und den Account verifizieren. Dafür gibt es derzeit immer noch eine Satteltasche und dieses Häschen dazu. Aber gehen wir die ganzen Codes einmal in der Reihenfolge durch. Da haben wir immer noch das SSOCON-T-Shirt 2023 mit dem Code SSOCON23ALL. Dann gehen wir weiter direkt zu den Western-Camp-Codes, wo wir natürlich hoffen, dass wir sie nächstes Jahr weiterhin benutzen können. Da wir natürlich nie wissen, wie sich Star-Stable umentscheidet, aber so wie es den Anstand hat, wird das Western-Camp weitergehen und dann können wir natürlich, gerade wenn man das Camp noch nicht erlebt hat, mit diesen Codes super gut in das Western-Camp starten. Und das sind die Codes Lure-Them. Danach haben wir den Abwehr-Code, den Repel-Them-Code und natürlich dazu auch nochmal den Code, der uns die besten Sachen gibt, der Code Last Week, der noch einmal von allem etwas dazugegeben hat und besonders natürlich auch hier die begehrten Schlüssel, die die teuersten Items sind, die ihr auf dem Western-Camp euch für diese Gold-Token, für diese Gold-Klumpen dann dort holen könnt. Also lohnt sich auf jeden Fall, wenn ihr diesen Code dann noch einlöst, bevor natürlich ihr ihn noch nicht eingelöst habt. Aber nach diesem ganzen Leckerchen kommen wir zum Regenbogen-Code, zum Rainbow-Unity-Code, der tatsächlich immer noch geht und für den es keinen neuen Code dieses Jahr gab. Also Rainbow-Unity gibt uns immer noch die Regenbogenschleife 2023, die übrigens, finde ich, einen sehr guten Eindruck macht, sogar meines Erachtens einen besseren als die, die aktuell im Championats-Pass sind. Gehen wir aber zum nächsten Code und der nächste Code ist RideWithUs, also der RideWithUs-Pullover, der natürlich immer noch euch perfekte Werte für den Start gibt, also solltet ihr euch jeden Fall, auf jeden Fall genehmigen den Code. Derselbe Code, der auch nochmal wie schon eine ganze Weile funktioniert, Inspiration 2018, gibt euch dieses Glühbirnen-T-Shirt leider keine Werte, aber gibt es trotzdem for free für euch obendrauf. Genauso wie die beiden Codes, die euch immer noch, Silver Jacket und Bronzen Jacket, die euch also immer noch die silberne, ja, diese Steppjacke geben und die bronzene, die, selbst wenn sie euch nicht gefallen, immer noch sehr nice sind, da sie nämlich 1000 Schillinge wert sind. Weiter geht es mit dem Code ThumbsUp, der damals genutzt wurde zum Start der Handy-Version, also Daumen nach oben, gibt euch dieses T-Shirt leider auch mit keinen Werten. Nächster Code ist der Code ReadTheBook, der euch immer noch das Starshine-Plüschtier gibt, nämlich dieses Gute hier. Dann haben wir unseren Horse Snack-Code, der uns immer noch ein paar gute Pferdeleckerchen zum Start des Spieles gibt, also auch nicht zu verachten. Weiter ist der Star Stable West-Code, der uns immer noch die Höchstweste gibt, die einen sehr coolen Style hat, leider aber ohne Werte ist. Weiterhin gibt es natürlich immer noch den Blizzard-Code, der uns immer noch diese formschönen Gegenstände gibt, die gerade für den Start besonders gut sind, die damals rausgehauen wurden, weil die Gegenstände dann doch noch gefehlt haben. Und zu guter Letzt haben wir einmal den Code Team Carrots, der uns diese lilanen Karotten hier als Haustier gibt. Bevor wir zum letzten Code kommen, kommen wir erst einmal zu den Star Rider-Codes, die immer noch funktionieren, also OneWeekSR2023 gibt uns eine Woche und der Code DLBF4RAIW263 gibt uns weitere drei Tage Star Rider, also mit denen, die wir sowieso schon am Start haben, haben wir damit dann 13 Tage Star Rider zum Start. Jetzt kommen wir zu den Star Coins-Codes und zu unserem speziellen Code, der uns auch nochmal hier ein Glückshuf-Leckerli gibt, denn diese Codes gehen auch immer noch und geben uns alles zusammen, 175 Star Coins und ein Glückshuf-Leckerli obendrauf. Und diese Codes sind Und dann auch noch unser Fripp-Off-Code. Diese Codes gehen immer noch und geben uns alles zusammen, 175 Star Coins und natürlich auch noch zusammen dann das Glückshuf-Leckerli, was man da nicht vergessen sollte. Das waren alle Codes, die jetzt im Juni funktionieren und ich sage Dankeschön fürs Zuschauen, viel Spaß mit den ganzen Codes und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao!